Hallo, mein Name ist Lea Florentina Kohl, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Tirol. Ich habe in Lambrechtshausen mein bestes Pferd Commander an den Start. Und meine Ziele für 2012 sind die Europameisterschaft und weitere Platzierungen auf den Turnieren. Und in der Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und natürlich reite ich jeden Tag. Ich habe jetzt gerade Matura im Gymnasium in Steyr in Oberösterreich und hoffe, dass das alles gut klappt. Dankeschön!